und wir sind wieder auf streets als quest haben wir von mechanic developers secrets part 2 ja und was ziehen wir uns auch direkt rein das passt ja wunderbar was ist denn das für eine bude hier war ich ja noch nie drin wusste gar nicht dass man hier rein kann das ist ja wahnsinn oder man entdeckt immer wieder was neues hier liegen überall rum er wollte doch irgendwann mal kinder kriegen auf alle fälle ist das bohren richtig geil weil wir müssen genau in der straße runterlaufen und dort ins hive kommen wir vor wie in a raccoon city oder was ist das hier der photos umbrella corporation schocken Was? Die Seife brauche ich nicht. Das schwarze Ding noch ein paar rein. Okay, dann sind wir wieder hier. Da gibt es hinten noch was. Dieser Schlüssel hat nur zwei Aufladungen. Ich hatte den jetzt schon mal. Also den hatte ich noch öfters gefunden. Den hatte ich dann verkauft. Alter, was halten sie aus? Sag mal. Da traut sich niemand raus. Ist er jetzt draufgegangen? Heldenhaft. Ich habe das gewusst, dass ich meine ganze Fresserei gar nicht mit reinnehmen brauche. Ja, ich glaube, den hat es auch zerpetzt. Ach, hier vorne. Ach, hier vorne. Alter, Luxusladung hier. Boah, hätte ich fast gewusst, dass hier das Zeug gibt? Ich habe nämlich so eine Quest gehabt. Die letzten... Die letzten Tage. Alter, das hier geht es ja ab, Junge. Die wissen zu leben. So, was muss ich eigentlich machen? Nur ein Brinner sein, oder was? Nein. Nein, ah. Lass mal sehen. Survive and exit. Okay. Survive and exit. Gut. Dann war es das schon. Geil. Wer bist du denn? Kultist? Kultist. Fetzt. Fetzt, fetzt, fetzt. Komm her, kleiner Mann. watersmässigen. Waren sollen noch einer? Und Irr. Und Beppi... Also... Hallo. Hey, ich drehe auch hier. Hey! Drei solche... Oh nein, alter. die Quest hätte ich locker geschafft. dass ich das gewusst hätte. Ey, was ist das hier für ein Laden? Alter, Schwede. Geht's einfach verarschen. Voll der fette Luke-Laden. Oh, hier. Macht mich nicht fertig. Ah ja, nur die zwei Apladungen. Verstehe, verstehe. Das nützt mir trotzdem nichts. Weil ich das Mac trotzdem nicht einfach so wechseln kann. Das sind meine Exits. Courtyard, Rimorski, Klimawstreet, Expo. Wir könnten ja mal Courtyard hochlaufen. Aber bei meinem Glück habe ich alles. Denkst du aber auch eine Bodyarmot haben. War ich die schon? Hast du drei neue Luchsesladen hier? Nee, was ist denn das? 53 Euro, Alter. Ich balde euch mit Sportlefon. aus, weil ich es RICH-Laden Hier ist das Video. Willst du wichtig? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Lевые короны, правые похоронные! Ich verstehe! so kann man auch wieder ungestraft magazine wechseln so ich habe keinen platz die halbmasken die halbmasken leute ich brauche die halbmasken aber ich verpiss mich lieber bleibt uns nichts anderes übrig als diesen blöden fahrstuhl zu benutzen stylobait die halbmasken die halbmasken die halbmasken die halbmasken in die liquid Das war's für heute. Oh Mann, aber. Schau mal auf, mit diesem Geruckel, mit dem Zuckel. Schau mal auf, 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 mit dem Zuckel. Jetzt kann ich immer kein Magazin wechseln. Schau mal auf, mit dem Zuckel. Man erkennt nichts. Schau mal auf. Schau mal auf, mit dem Zuckel. 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 Schau mal auf. Schau mal auf. Schau mal auf. Schau mal auf. Schau mal hierher. Er hätte doch ruhig mal der Schlüssel da sein können. Er hätte doch die Schlüssel da sein können. Ich weiß ja nicht, ob er gut ist, weil er ihn braucht. Da lacht er sich kaputt. Was ist denn jetzt los? Achso, durch den Stimmel. Ich habe den Stimmel, vom Stimmel, aber hier ist es eine Ausgabe des Stimmels. Sollte Stimmel haben sich die Analyse aus der Künstlerin. Ich habe nicht mehr hier gelungen, sondern den Stimmel. Das ist auch richtig, wenn ich noch nicht einmal einst. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das war's. Ich bin ein reicher Mann, wenn ich rauskomme. Ich meine, jetzt bin ich so schon, aber dann noch reicher. Ich bin ein reicher Mann. Ich bin ein reicher Mann. Ich bin ein reicher Mann. So, gleich geht es in die Freiheit und zum Reichtum. Ich bin ein reicher Mann. Ich glaube, der Rode ist gar nicht mal so viel wert. Der Grüne ist meiner Meinung nach das, was du so teuer verkaufen kannst. So, geil. Okay. Quest geschafft. Okay, das erklärt es, warum da bloß zwei Aufladen reingehen. Das mache ich doch direkt. Schade, mein großer Rucksack liegt irgendwo in der Pampa rum. Komm, den hätte ich noch gebraucht. Ach ja, den Jusek da drüben. Okay. Okay. Da er so armselig an seinem Laden rumstand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.